Hey Freunde, wer kennt es nicht? Genau, die Folgen oder die Videos, die einem total abfucken. So einen Moment habe ich gerade, denn meine Webcam kommt erst in Minute 13 zum Vorschein, da vorher die Aufnahme gelöscht wurde. Warum weiß ich nicht? Auf jeden Fall ist sie weg. Dafür möchte ich mich entschuldigen und alles was ich gezeigt und gesagt habe, was dort ja was dort passiert ist und so sage ich das jetzt. Einmal kommt mit dem Video ein Twitch-Link und ein Instagram-Link. Momentan probiere ich etwas aus und ich weiß nicht, ob es klappt. Wenn ihr am Computer seid, einfach mal dort draufklicken und mal gucken, ob ihr dort hingeleitet werdet zu Instagram oder Twitch-Account. Das schon mal vorwärts. Ansonsten viel Spaß beim Video. Ciao! Ich grüße euch, meine lieben Freunde, deshalb ist das klar, wir kommen hier zu einer Runde AuraPVP. Ich glaube, das ist jetzt AuraPlus und kein Classic. Ich weiß gerade gar nicht. wenn ich aufnehme, leckt es. Ich weiß nicht, warum. Äh, wir nehmen Puffi mitkommt. Ja, Puffi, Puffi, Puffi. Ist ja doof. Warum leckt es eigentlich so? 16 FPS. Alter, warum habe ich immer, wenn ich aufnehme, so wenig FPS? Muss mal kurz. Ich habe doch schon auf zwei Chunks. Alter. Hä? Hm. Stimmt nebenan. Hm. Ich kann ja nicht mal flüssig aufnehmen. Das ist schlimm. Ich konnte mal, ich hatte mal 60 FPS bei mir aufnehmen, aber ich weiß auch, woran es liegt. Ich sieht daran, dass mein PC einfach zugemüllt ist. Ich musste den mal wieder entmüllen. Stimmt's PC. Ich habe auch den Schlafanzug an, weil ich krank bin und der Schlafanzug ist schön warm. Uh-oh. Hier geht's. Tschüss. 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 Schlafanzug. Hier ist es. Da, 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 da. Das StatOWanzug ist ja eurem guttle, Heart of Dipps ist ja nur um Okabe dieses verdeck massa. geschafft ich habe übrigens hier um zweitbildschirm endlich angeschlossen ich kann den wäscher wartet mal da ich kann es nicht gerade was zeigen da zweitbildschirm das sieht man auch gerade bei der hausnahme gekommen wieder richtig einstellen bei der hand ist nicht richtig auf jeden fall wie gesagt mein pc ist zugemüllt ich probiere auch momentan neue funktionen aus also bitte nicht traurig sein wie zum beispiel so eine funktion wenn ihr jetzt mal unten in den bildschirm guckt für alle die das gerade am pc gucken wird wahrscheinlich funktionieren für die anderen nicht wie gesagt ich probiere neue funktionen ich kann ja über die tür drüber springen ich bin so mit profil sind also profil für die stoff er verpflichtet die lüge herzlichen glückwunsch sepastian du wirst sterben woer gott der fort bleib weg der tägliche profi gegessen ich bin stark ja klar ich hatte ein halbes herz aber was wer hat mich geschlagen wie gesagt ich bin gerade aber wer hat mich geschlagen aber wartet mal ist es gerade jetzt ton aus aber das will ich sehen was ist das ja ich habe mich schlagt den karl gabelstaplerin ja links rechts links rechts das ist so hoch oder das ist so wieder hoch Stefan kommst du mir? mach ich hoch runter und wie fahr ich das halt? ja so war ich die Handbremse löse ist der Gang schon vorgewählt? ja dann rollts direkt los dann gehts direkt los so war ich Gas gebe so war ich Gas gebe bei dir alles klar? ja du weißt wie es geht dann geht man hier nochmal ja ein bisschen Zeit um das genau zu verstehen und dann erkläre ich euch so das behalte ich hier auf dem zweiten Schirm wollte eigentlich heute wieder Lachfleisch aufnehmen aber der liebe Lukas mal wieder nicht online in Skype grüß an dich Luca ja ja so 15 Sekunden das passt doch leck 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 jetzt leck 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 Puffi! 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 Übrigens Satz Texte-Pack ist mein Texte-Pack! Es gibt's nicht zum Download. Ähm, ja. Es wird sich im Lauve der Zeit noch mehr verändern. das ist so zu sagen nur der rohbau ich glaube auch die schwer dass wir jetzt mal die truppen zu zweifeln die die d nicht die Bühne hat sich nicht sagt ich guck grad schlagt der Kappelsspotten die Machen Gapelstaplerinnen die diese Kisten stapeln Ja, ist das lustig. Hi. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Ganz klasse. Ich guck gerade übrigens auf mein zweites Bildschirm. Hier kann es ganz cool, du. Schaufte, ich hab Sonnenbrand. Meine Haare stehen mal wieder. Neu-Runde, neues Glück. Perfekt. 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 Äh, Puffi. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Vorbereitungen so angeschaut hat, dann mach ich mir ein bisschen dort. So, ja, stimmt. Oh, ne. Das ist mit dir. Dankeschön. Oh. Äh. Shit. Dankeschön. Übrigens, ich hab, äh, was mir vor kurzem erst aufgefallen ist, Ich mal hatten Minecraft, außer der fünf Ansicht, gar keinen Körper außer der Hand. Hier hat mein Körper. Und hier nicht. Wo ist mein Körper? Äh. Mein Körper ist weg. Äh. Oh, das ist weg. Da, da, da. Äh. Shit, alter. Das macht nicht Spaß. Das tut mir dann wirklich leid. Das tut mir dann wirklich leid. Das tut mir dann wirklich leid, das tut mir dann wirklich leid. Das ärgert mich jetzt. Hallo? Hallo? Hi. Ja, wie gesagt, die Webcam ist wahrscheinlich gleich weg. Das tut mir dann leid, die war ja nochmal für eine kurze Zeit weg. Was sind denn die? Ach, nehmen wir aber noch ein paar. Aua. 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 Aua, Disse. Tschüss. 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 Dankeschön. Tschüss. Ich bringe da jetzt runter. Was? Nein, 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 nein. Oh, shit. Hä? Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich versuche jetzt nur... Sebastian. Perfekt. Ich versuche jetzt ein paar neue Funktionen. Ich hoffe es klappt. Auf jeden Fall hier oben. Hier oben kommt ihr zum letzten Video. Hier unten kommt ihr zu Instagram, Twitch. Und das war es eigentlich, ja. Und zu The Dark Gamers. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.